Oder? Dicker, lass dir schmecken. Scheiße, was machen wir denn? Ich weiß nicht, ob das ein Problem ist. Nee, nee, schau mal, schau mal. Das Problem ist, da stand, dass man einen Liter Brühe braucht. Aber die müssen auch in der Brühe schwimmen, oder? Ich hab mir die Hand in den Hals gesteckt, weil ich es lustig fand, wenn ich das Fleisch auf einmal blecke. Ich hab fast gekotzt. Hast du das Wirken gerade gehört? Was ist mit dem, Alter? Ich hab mir die ganze Hand in den Hals gesteckt, weil ich das lustig fand. Ich versuche, hier die wichtigen Probleme zu lösen. Finch, dessen sein Wirkreflex wäre dessen. Perfekt. Guck mal hier, Chat. Was hast du so gekocht in deiner Freizeit? Ihr schickt ja hier lustige Bilder rein. Das sieht ja lustig aus.